Manchmal schaut man sich so im Klassenraum um und da sind einige richtig fleißig aktiv und andere müde, wie eine Robbe beim Mittagsschlaf, wie eine Blume, ganz schön anzusehen, aber schrecklich ruhig, ja, wie die drei Emojis mit den Affen. Nix rein, nix raus, lass mich bloß in Ruhe. Ja, moin moin, hier war Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem neuen Format Schulhacks will ich dir ein paar Dinge zeigen, die ich gerne in meinem Schulleben schon gewusst hätte, die ich gerne irgendwie vermieden hätte und deswegen euch mitgeben möchte. So Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte, weil sie einfach... Wichtiger Warnhinweis, dieses Video provoziert dich, um dich wachzurütteln, dieses Video ist nicht nett. Der Vortragende will dich durch fiese Überspitzung zu einer besseren mündlichen Note zwingen. Die Message geht raus an alle, die denken, es sei nicht wichtig mitzumachen. Die denken, es sei uncool, sich richtig anzustrengen. Die meinen, es bringe ja sowieso nichts, wenn man sich da mit dem Typ oder der Typin da vorne unterhält. Wahrscheinlich so gefangen in ihrem eigenen sphärischen Amalgam von Coolheit sitzen sie da und... Was machen sie? Nix. Sie machen einfach nix. Sie sitzen da und machen nix. Heute schon geliked? Aber wenn ihr jetzt mal einen richtigen Rebellen raushängen lassen wollt, warum seid ihr denn da überhaupt da? Also, rebellisch geht anders. Wenn ich keinen Bock auf die Sache habe, dann gehe ich doch gar nicht hin. Dann bin ich irgendwie konsequent rebellisch. Das ist übrigens keine Handlungsempfehlung. Das kommt nämlich in der nächsten Folge noch, warum man nicht zu oft die Schule schwänzen sollte. Aber wenn man doch schon da ist, dann sitzt man also diese Zeit ab. Und wenn man dann nichts macht, heißt das, dass man mündlich noch eine schlechte Note kriegt. Das heißt, man hat aus beiden Zuständen eigentlich den Nachteil abgegriffen. Dafür, dass man da ist, kriegt man jetzt nicht das Benefit einer anständigen, guten mündlichen Note, die übrigens 50% eures Abiturs später fast ausmacht. 50% der Leistungen in Klassenarbeiten, zum Beispiel in Deutsch. 50% der Gesamtnote wird auch durch die mündliche Note beeinflusst. Und ihr seid da und da sitzt ihr da und dann... Ja, nix. Wie stressfrei könnte man sich auf Klassenarbeiten vorbereiten, wenn man schon 50% einer guten Note in der Tasche hätte, weil man gut mitgemacht hat. Ja, wir sind halt hier leider nicht beim Porträtmalen, wo man sich einfach still hinsetzt, sondern es geht ja irgendwie auch so ein bisschen um Teilnahme. Und glaubt mir, das ist auch ein entscheidender Trick, um den Stoff besser zu behalten. Wenn man so ein bisschen mitmacht und der Lehrkraft so ein bisschen zeigt, so wow, tada, interessiert mich auch ein bisschen, dann wird es euch automatisch auch mehr interessieren, weil ihr mehr involviert seid. Ihr pennt dann auch nicht so schnell weg. Aber in dem Moment, wo ich so ein bisschen interagiere mit den Persönlichkeiten, indem ich das Gespräch mitgestalte, ja, dann hat die Sache einen ganz anderen Flow und ihr kommt da ganz anders rein. Also glaubt mir bitte. Und jetzt also auch nochmal, um es auf den Punkt zu bringen. Was bringt denn das, wenn man da ist und dann nichts macht? Was bringt das? Ich meine, ihr müsst euch dann in der Klassenarbeit viel mehr anstrengen, weil schriftlich müsst ihr dann viel besser werden. Das heißt, ihr müsst darum wieder viel mehr machen. Und dann kommt noch dazu, und das ist ja eigentlich das richtig Harte. Stellt euch mal vor, jemand geht zur Arbeit und nimmt dann nicht die Bezahlung mit. Ich denke, es ist klar geworden. Es macht einfach keinen Sinn, da zu sein und nichts beizutragen. Und na klar, die Note ist nicht das Entscheidende. Ihr versteht ja auch den Stoff dadurch viel besser und nehmt viel mehr aus dem Unterricht mit. Also, wenn du mitmachst, hast du ein viel leichteres Leben in der Schule, weil dich der Stoff mehr interessiert, du weniger Arbeit auf die Klassenarbeit hast und deine Leistungen auch besser werden. Ja, gibt es denn da eigentlich etwas, was dagegen spricht? Vielleicht deine Persönlichkeit? Und jetzt gibt es natürlich noch einen entscheidenden Punkt. Da werden manche von euch sagen so, nein, es liegt an meiner Persönlichkeit. Ich bin halt ein bisschen introvertiert. Es liegt an meiner Persönlichkeit. Ich bin halt nicht so extrovertiert. Ich möchte nicht so gerne aus mir rausgehen. Ich möchte da so ein bisschen mehr für mich sein. Okay, Eingriff in eurer Persönlichkeit möchte ich euch nicht zumuten. Aber, come on. Come on. Come on. Soll das jetzt euer Ernst sein, dass ein Gespräch mit einem Menschen gegen eure Persönlichkeit ist, nur weil da ein paar andere zuhören? Yo, also, merkt ihr schon, oder? Dass das nicht so ganz funktioniert. Also, wenn du schon da bist, dann sprich auch. Es lohnt sich. Schreib mir doch gerade mal in die Kommentarleise, was du glaubst, warum manche einfach da sitzen und nichts machen. Oder ist aber einfach der Unterricht viel zu langweilig? Das Schulsystem insgesamt falsch aufgestellt? Die Erwartungen an deine Coolheit durch die anderen zu hoch? Hm. Ja. Was meinst du? Und wie kommen wir aus dieser Misere raus? Denn es wird uns ja nichts bringen, wenn wir jetzt einfach nur auf andere schimpfen. Wir müssen ja selbstverantwortlich sein für unser Leben. Und daher gebe ich dir im nächsten Video noch mal ein paar Extra-Tipps, wie du für deinen Schulerfolg das richtige Mindset entwickelst, sodass du nicht nur da sitzt wie eine Blume. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020